Servus, grüßt dich und herzlich willkommen im LS17 auf der Klingenbach mit mir bei Dinger 2000. Schön, dass du da bist und schaust, was ich so mache und so. Genau, ich war jetzt gerade mal bei meinem Steiner, so einen kleinen Snack genommen, hab mir gedacht, oh, ich habe ja auch noch Eier, die ich gleich verkaufen könnte. Machen wir auch noch schnell, Fumms, reicht es immer noch nicht. Dann laufen wir noch schnell zum Bankautomaten. Hui! Holen uns ein bisschen dein Geld. Ich weiß, das könnten wir auch anders machen, aber ich finde es so irgendwie cooler, weißt du? So, wir leihen uns mal 10.000. Was willst du machen? Wir brauchen ein bisschen Geld. Weil ich möchte beim Gary noch ein Gefährt kaufen. Ja, ein Gefährt. Und zwar... Ähm, Quack. Ach komm, nehmen wir doch gleich den Trigger. Und zwar einen Bucher. Und zwar einmal den Muldenbucher, weil der schon richtig schön transportieren kann und ausmiste. Ich brauche den zum Ausmisten eigentlich in der Hauptsache. Wir lassen den mal rot. Auf der Hermannseck habe ich einen genommen, der war so schön lila wie die lila Kuh. Fand da... Pidax, der hat gemeint, der hat mit Mühe und nur sein Essen behalten. Pidax, nur für dich. Ohne. So, dann nehmen wir hier den Holz... Na, wir nehmen den Holzaufsatz mit dazu noch. Ist erstmal gut. Kaufen. Ja, will ich. Okay, vielen Dank. Oder ist das Geld schon wieder weg. So, da ist das gute Stück. Und damit kann man es hoffentlich... ...en Stall sauber machen. Weil letzte Folge waren wir ja im Forst und haben wieder ein bisschen aufgeforstet. Jetzt müssen wir mal wieder hier ein bisschen die Viecher sich auch kümmern. Ne, ist halt so. Ich habe mir gedacht, bevor ich dann mit dem Front lade durch die Gegend Eier, dann will ich mal den Bucher haben, wo es ihn doch schon gibt. Und zwar ist es tatsächlich auch mal im Bucher original rot. Einfach nur, damit der Pidax auch gemütlich während dem Essen hier weiter gucken kann. Und irgendwann kommt noch ein zweiter Bucher für den Transport, weil die sind einfach praktisch, die Teile. Aber eins nach dem anderen, das brauchen wir erstmal wieder Geld. Also ich muss ja erstmal die 10.000 auch wieder abzahlen. Und eigentlich würde ich ganz gerne das Gewächshaus nochmal anschmeißen, damit dann ein paar Erdbeeren raushüpfen. Da habe ich zwischen den zwei Folgen auch mal schnell geschaut. Da fehlt Mist. Sonst nichts, da fehlt noch ein bisschen Mist und dann könnten die Erdbeeren wachsen. Weil dann könnte man nämlich, die Zuckerfabrik hat auch schon rumgemault gerade vorher. Ich zucke, ich fäll voll, hol's lieber mal ab. Jaja, mach ich dann schon auch noch irgendwann. Aber jetzt tun wir erstmal die Viecherlis sauber machen, das Gewächshaus anschmeißen wieder. Einfach damit wir dann später in der Molkerei Joghurt herstellen können. Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund. So, jetzt schalte ich dich mal an. Und dann tue ich mal das Pickup runter. Das habe ich doch jetzt. Ja, ist unten. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir damit misten können. Ja. Huch. Irgendwo im Spiegel hängen geblieben. Ja, da. Speicherleck macht nix. Speicherleck sind gut. Ich mag's, wenn es speichert. Ach, das ist doch viel cooler als mit dem, weißt du schon. Mit dem kann man nicht auch überall hängen bleiben. Das ist das Tolle. So, Pickup mal kurz nach oben. 1000 Liter Mist haben wir schon drin. Wahnsinn. Zeit worden, dass wir da mal wieder durcheiern. So, Pickup ist wieder unten. Na Mädels? Neues Gefährt im Stall, ha? Was sagt's denn dazu? Ich sag mal schon mal dazu, dass ich nix sehe, wenn ich rückwärts fahre. Das ist auch... Naja, mein, was willst du machen? Ach, das ist doch klasse. Ach, das macht doch viel mehr Sinn, als mit der blöden Schaufel. Schaufel, da durcheiern, oder? Ich find schon. Ich find, das macht viel mehr Sinn, als mit der blöden Schaufel, da durch die Gegend eiern. Aber macht das ja richtig Spaß mit dem Ding hier. Schau, fährst hier durch, sammelst Mist auf. Das muss doch auch Mist sein hier eigentlich. Jetzt bin ich schon wieder bei den zwei Mädels drin. Moment, so. Ähm, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Bist du eigentlich auch Mist hier? Ja, schau mal, wie er das schön wegsappelt. Hm, schön. Das sind die Mistplanen, okay. Dann fahren wir doch da einfach mal so drüber und sammeln mal den ganzen Mist auf. Schön. Also so ist, so ist das toll. Dann ist doch das hier eigentlich auch Mist, oder? Muss er doch eigentlich auch noch aufsammeln. Das beste Gerät, um Ställe sauber zu machen. Ohne Scheiß. Das Ding ist einfach Weltklasse. Ich mag's. Ich mag's einfach. Ich find's toll. So, die eine Kuss schon abkauen. Kann man ja eigentlich auch beim Rückwärts, kann ich sicher auch aufsammeln, oder? Ja, klar kann er das. Ist ja ein guter, ne? Ein guter Bucher vom Farmer, Andi. Siehst mal, Ratsfatz, Stallsauber. Klasse. Ja, da. Mensch. Oh. Das kannst du nicht machen. Wie soll ich denn deinen Stall sauber machen, wenn du mir mal den Weg reinläufst, ha? Dann können wir eigentlich den Mist so, wie wir ihn gleich oben drauf haben, ins Gewächshaus fahren. Das ist praktisch. Das ist saugurz, find ich. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Und das da weiß ich nicht, da drüben, das hat er jetzt vorher nicht aufgesammelt. So, dann nehmen wir das Strizalino, falls das überhaupt eins war. Ja, war es auch. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das Heu oder Dings ist. Ja, da kommen wir nicht hin, gell? Das ist zweit weg. Da werden wir gar nicht hinkommen, schätze ich. An dem Frontkraftheber habe ich ihn auch hingebaut. Warum habe ich ihm das eigentlich jetzt gemacht? Ah, na gut. Der Stückerle, lass mal einfach liegen. So, was sagt jetzt die Übersicht eigentlich? Wo sind denn die Tiere? Die sind hinter den Finanzen, gell? Äh, Misthaufen. Nur noch halb so groß wie vorher. Ich glaube, der äußere Misthaufen zählt auch irgendwie mit. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einmal das Ganze. Ich könnte ihn wieder ausschalten. Und ich könnte eigentlich das Pickup auch wieder hoch tun. Dann fährt er sich vielleicht auch besser auf der Straße. Also der Bucher ist klasse. So. Muss ich einfach mal so sagen. Der Bucher ist so Gold wert. Bin ich so froh, dass ich mit dem Drüberflogen bin. Ich mag ihn jetzt schon. Ich mag ihn einfach. Hinterhermannseck machen wir damit den Stall sauber. Mit schönen Lila. Ja, ich finde das Lila aber auch schön auf der Hermannseck. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mal was anderes. Aber hier machen wir den Original-Rot Bucher. Halt, ich komme von da. Das heißt, ich muss so fahren. Und dann besorgen wir uns irgendwann noch den Plattformbucher. Damit wir hier dann den Transporte machen können. Weil es schon in Paletten und dem ganzen Zeug. Das ist mit dem, glaube ich, einfacher als mit dem Hänger. So, jetzt. Dieses Treibhaus hat noch alles. Außer Mist. So, das könnte es dann auch wieder. Jawohl. Da war wenig Mist drin. Da waren es echt nur so. Ne, da sind 5900. Da auch. Ach, der tut nicht. Updaten. Okay. Also nicht, nicht. So, es kann das Treibhaus wieder anfangen zum Arbeiten. Dann kriegen wir Erdbeerkisten. Dann können wir nämlich irgendwann die Molkerei so richtig mal anschmeißen. Apropos die Molkerei mal richtig anschmeißen. Hui. Fällt mir gleich noch was ein. Das könnte ich den zweiten Buga schon brauchen, weißt. Dann nochmal schnell einen Kredit aufnehmen. Gleich den zweiten kaufen zum Transportieren. Erstmal ohne Hänger nur. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Wobei, ich kann natürlich auch Skotte Universal nehmen, gell. Hm. Aber ich meine, der kleine Buga ist natürlich schon eine Allzweckwaffe. Also gerade so für die Transporte. Capello im Sonderangebot. Ja, wie schön. Tschüss, Capello. Das Capello. Ja, ich kann mir eh nichts leisten. Außerdem habe ich jetzt nichts, wo ich das bräuchte. So, den Parkplatz da oben hin, wo die Traktoren auch stehen. Ich sehe, da habe ich den Benz eigentlich schon dort stehen zum Transporten. Ich könnte aber auch den... Ja, kein URL, gell. Der GT. Der hat kein URL. Lulululululu. Hm. Hm. So, der nächste Bucher... Da bin ich falsch. Der nächste Bucher würde ja auch nochmal... 6,8 kosten. Da brauche ich eigentlich gar nicht viel. Ich brauche den Standard. Ich hätte aber gerne Geländereifen drauf. Trotz allem. Zwillingsbereifung brauchen wir nicht. Weil er einfach cooler ausschaut. Brauche ich den mit Geländereifen? Eigentlich kann ich den Industrie Standard erstmal lassen. Mit Plattformen, Fass brauchen wir auch noch. Doch, ich brauche es Fass. Klar, Fass. Ach, weißt du was? Dann besorgen wir den jetzt. Da haben wir halt kein Geld mehr. 200 Euro. Das ist wenig. Das ist verdammt wenig. Ich muss ja bald mal was verkaufen gehen. Hier, du. So, wir springen mal... Durch kurz. Und suchen den neuen Bucher. Das ist der alte. Da ist der neue. Ich könnte dann ja mal Licht anschalten. So dunkel, wie es hier ist. So, und hier mit Fass, ne? Damit holen wir jetzt Milch. Eine Bucherfolge. Wie schön. Das ist keine Mod-Vorstellung. Jetzt habe ich zwei rote Bucher, ne? Jetzt habe ich es einfach alle in Originalfarbe genommen. Warum nicht? Mir gefällt das Code auch gut, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht holen wir uns irgendwann noch einen dritten Bucher. Ich weiß es nicht. Den machen wir dann... Es sind Nu-Farben. Genau. Aber jetzt haben wir erstmal zwei Originalfarbe. Den kann man ja irgendwann nur umspritzen, wenn es ist, ne? Den können wir ja irgendwann einfach umspritzen. Wir werden es sehen. Aber eigentlich reichen die zwei, weil ich brauche... Was brauche ich jetzt einen dritten? Mal überlegen. Keine Ahnung. Eigentlich brauche ich keinen dritten. Aber so für die schnellen Transporte, für zwischendurch, ist das Ding eigentlich mehr als praktisch. Blinken kann er auch. Upsi. Falsche Taste. Falsche Taste. Wollte das... Ja, nein, das ist alles falsch, was du machst. Ich habe gerade eine Zoom-Taste gesucht. Ich bin hier nicht im ETS. Ich wollte gerade eben auf die Anzeige da unten, auf die Armaturen zoomen. Geht hier ja gar nicht. Mei, mei, mei. Ja. Verwirrt, er ist der Gute. So. Und zum Schlauch. Oh, der Schlauch ist aber nicht ganz an der richtigen Stelle. Jetzt muss gleich mal wieder rein. Das haben wir nicht gesehen, gell? Nein, nein, haben wir nicht. Das ist allerdings der Problem von dem Connector auf der Karte und nicht vom Bucher. Aber egal. So, dann zutzeln wir mal da die Mulch ein. Geben der Molkerei ein bisschen Milch schon mal. Und dann fehlen ihnen nur noch die Früchte. Die tun wir aber jetzt auch wieder machen. Und ich glaube, dann hätten wir da alles... Jetzt machen wir voll da. Komm, wir haben doch genug drin, oder? Oh ja. Oh ja, mehr als genug. Da können wir auch noch verkaufen. Ja, dann haben wir das Geld für die Bucher ja gleich wieder herinnen, die 10.000. Super. Gut. 5.000 ist so eine Ansage. Damit lässt sich arbeiten. Oh, das Bremsen beim... Das quietschen beim Bremsen so rum. Auch cool. Dann sorgen wir jetzt erst einmal dafür, dass wir dann, wenn wir dann noch Zucker haben, auch schon reingeschmissen, denke ich. Ich muss mal gucken. Oh, Zucker. Genau, die Zuckerfabrik ist hier auch voll. Ah, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Jetzt bringen wir erst mal Milch. Dann schauen wir mal, wie viel Zucker schon drin ist. Vielleicht verkaufen wir einfach mal ein paar Gerl oder so. Da ist die Molkerei. 4.000 Zucker sind da drin. Das ist vielleicht auch noch nicht unbedingt die Welt. So, das ist der Milchstutzl. Da passt er. Schau, der Schlauch. Gut. Schaut lustig aus, gell? Wir stellen uns jetzt mal nicht die Frage. Ich glaube, das ist eine Vakuum-Ansaug-Dings, was die Molkerei hat, weil er das fast selber kann nicht pumpen. Definitiv nicht. Wie soll es denn das machen? Wo hat denn der eigentlich seinen Motor? Wo hat der Buche eigentlich seinen Motor? Hm. Ich glaube, da in den kleinen roten Kastel zwischen Fahrer und Beifahrer, oder? Woanders hat er gar keinen Platz für den Motor. Lustig. 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 Na dann, komm. Wahnsinn, das dauert alles so lange. Dann hat die schon mal ihre 5.000 Liter... Ja. Ihre 5.000 Liter Milch. Schauen wir mal schnell. Was fehlt uns denn noch zu unserem Glück? 60.000 Liter Milch würde der nehmen. Fehlt eigentlich nur noch das Obst. Okay. Obst produzieren wir erst. Da haben wir noch nichts da. Da haben wir noch nichts da. Das fängt erst an. Aber wir könnten mal... ein paar Tüten Zucker verkaufen. So richtig groß anschmeißen tun wir keine Produktionen, gell? Weil es auch außer oben mit dem ganzen Holz, weil es einfacher ist. Beim Rest haben wir noch gar nicht so viel. Das ist immer das Problem. Zuckerrüben. Mehr möchte ich eigentlich jetzt auch nicht in die Fabrik schmeißen. Wir müssen ja irgendwann noch Schweinefutter herstellen. Müssen wir auch noch machen. Und Kartoffeln müssen wir irgendwann auch noch. Hm. Was wir nicht alles machen müssen. Als erstes müssen wir mal eben das Fass kurz klauen. Konfigurieren ohne Fass. Ja. Dann saust wir mal schnell zur Zuckerfabrik und holen da mal die Zucker ab, damit die bisschen noch die Restrüben verarbeiten kann auf jeden Fall. Muss schon sein. Restrübenverarbeitung muss sein. Fahre ich jetzt da ja auch richtig? Ja, ich glaube schon. Doch, die ist da oben. Ich glaube, passt schon. Und ich glaube, die Kameraden von Klingenbach, Alt- und Neustadt, die hängen alle irgendwo in der Kneipe ab oder daheim. Aber gut, was willst du denn bei 2 Grad so einem Shitwetter hier? Das ist ja ungemütlich, ne? Mit dem ganzen... Die Sonne kommt nicht raus. Es ist wölkig. Und da will man nicht spazieren gehen. Das verstehe ich schon. Aber wir wollen rumsausen. Und das können wir ja auch. So. Nur schauen, dass wir den Milasse einmal nicht mitnehmen. Denn das wäre blöd. Eigentlich reicht es auch so rückwärts gucken. Ich muss noch ganz kurz... Äh, ganz kurz schauen. Ladegut, Quaderbein, eher nicht, ne? Rundbein, Standardpaletten. Ich würde sagen, das sind Standardpaletten, oder? Was haben wir sonst noch? Rollbein, Apfelkisten, Milchkannen, Big Bags, Futtersäcke. Der kann schon einiges. Aber ich würde sagen, wo ist es denn jetzt? Hallo, ähm, Standard... Standardpaletten. Ähm, Arbeitsmodus anschalten. Und jetzt vorsichtig die Zuckerpaletten klauen. Und nicht die Dings da hinten. Die Milasse will ich nicht. Und jetzt? Ah. Der Filz passt ja da nicht drauf, ne? Zwei Stück. Es reicht zum Weiterabbern. So. Und wenn wir jetzt mit L die Spannkorte anbringen... Ne, sind auch nur da unten. Das ist schade, bei den ganzen URL-Skripten. Aber wurscht. Wir verkaufen jetzt die zwei Zucker mal, würde ich sagen. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Ja, und die Zuckerfabrik arbeitet wieder. Das war eigentlich das wesentlich Wichtigere, dass die wieder arbeitet. Wir haben irgendwie noch eine Verkaufsfolge heute. Eigentlich haben wir auch eingekauft, ne? Ein- und Verkauf. In- und Exportwolle. Genau. Ein- und Verkauf. Oh, die Sonne kommt schon langsam raus. Ah, sehr schön. Jetzt, wo es dann eh bald Nacht wird, kommt die Sonne noch raus. Ja, das ist typisch Winter. So ist es heute. Was willst du denn machen, ne? So, die hier, die werden wir jetzt verkaufen. Die zwei Zucker. Mal gucken, wie viel Kohle rumkommt. Ich möchte den Kredit eigentlich so schnell wie möglich wieder loswerden, wenn ich ehrlich bin. Die kriegt das nicht, die Fabrik. Die hat. Vielleicht können wir die dann in der nächsten Folge tatsächlich schon anschmeißen. Das wäre auch cool. Und das bin ich... Nein, ich bin nicht vorbeigefahren. Das wollte ich gerade sagen, das bin ich vorbeigefahren. Stimmt ja gar nicht. Da müssen wir hin. Grüß Gott. Guten Tag. Servus. Ich habe Zucker. Da hinten rein, glaube ich, gell? Zuckerrübe leer. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Die Fabrik ist leer. Super. So, was war abladen? Ablade, Seite, Plattform. Hinten. Wir wollen es nach hinten. Und abladen. Und wir verkaufen. Jawohl. Wir verkaufen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel da rauskommt. Eine ganze, ganze Menge, wie es ausschaut. Gut. Sehr gut. Ja. Ja. 15.000. Weißt du, was das heißt? Als Abschluss für die Folge. Gleich mal wieder schuldenfrei machen. So, wir zahlen zurück. Hehehe. So mag ich es. Dann speichern wir mal schnell, bevor irgendwas Doofes passiert. Sehr gut. Sorry. Ja, dann war es das für die Folge. Genau. Wir haben zwei Bucher gekauft. Schuldenfrei. Haben immer noch 5.000. Das ist, weiß nicht. Die Welt. Aber egal. Und wir kommen in die nächste Folge dann wahrscheinlich schon wieder zu viel, viel mehr Geld. Cool. Gefällt mir. Ja, wie gesagt. Dann war es das. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, dass du beim nächsten Video dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und servus. Ciao, ciao.